Die Bilder aus Athen sind Fernsehalltag geworden. Barrikaden und Straßenschlachten, Tränengaswolken und brennende Deutschlandfahnen. Weniger geläufig sind Bilder von den Schlangen vor der Suppenküche, 54% Jugendarbeitslosigkeit, 25.000 Menschen, die in Athen auf der Straße leben. Kinder werden von den Eltern in Heime gegeben, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Dazu fehlen uns die Bilder. Die drastisch wachsende Armut ist die Folge der Sparpakete, die der griechischen Regierung aufgezwungen wurden. Oder doch nicht aufgezwungen? Dazu Theodoros Parascivopoulos im Gespräch bei Radio Z. Es ist nicht so, dass die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds der griechischen Regierung irgendetwas aufgezwungen haben. Die griechische Regierung will das. Sie haben alles mitgetragen und das ist die Politik, die sie in den letzten 20 Jahren versucht haben durchzusetzen. Das haben sie nicht geschafft. Und jetzt machen sie das mit Hilfe der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds. Also die Troika, die hat durchsickern lassen sogar, dass das Programm vom jetzigen Außenminister geschrieben worden ist. Der war früher Direktor des Forschungsinstituts des griechischen Industrieverbandes. Also die griechische Regierung, die will dieses Programm. Und wir versuchen sie daran zu hindern. Die Griechen haben sich, so will es die platte Propaganda, alles selbst zuzuschreiben. Sie waren faul und ruten sich auf Privilegien aus. Wer ist wirklich schuld an der Misere des Landes? Schließlich gab es den aufgeblähten Finanzsektor, der zur Staatskrise nicht nur in Griechenland führte. Es ist nicht das aufgeblähte Finanzsystem so sehr, sondern dass die Menschen kein Geld haben. Und da sprang das Finanzsystem ein, finanzierte arme Leute und arme Staaten, die dann eben ihre Schulden nicht zurückbezahlen konnten. Und die Ursache ist die Armut der großen Masse der Menschen und die Armut der Staaten, weil vor allen Dingen in Europa es einen Steuerwettbewerb gegeben hat. Und immer noch gibt es einen Wettbewerb darüber, welcher Staat den Unternehmern und den Reichen niedrigere Steuersätze anbietet. Das ist ein Nullsummenspiel, weil halt dann alle Staaten die Steuersätze vermindern. Und das Resultat ist halt eine Armut der Staaten. Das Problem ist also europaweit das Verhältnis zwischen Arm und Reich und nicht das zwischen Nationen. Es ist nicht horizontal, sondern vertikal. Es geht um den Kampf zwischen oben und unten, will Paraskevopoulos deutlich machen. Logisch, dass sich Syriza auf die Seite des Unten schlägt. Wir unterstützen die sozialen Bewegungen, betont Paraskevopoulos nachdrücklich, auch wenn das nicht eigens gesagt werden müsste. Die Syriza sind Bewegungspartei, ein Sozialforum sozusagen. Die Sparmaßnahmen, die die Menschen in die Armut treiben, müssen vom Tisch. Konkret hofft die Partei auch aus der Opposition heraus, parlamentarisch konkrete Nahziele erreichen zu können. Da haben wir schon Gestaltungsmöglichkeiten. Beispielsweise, wir versuchen jetzt zu verhindern, dass die Angestellten der Kommunalverwaltung entlassen werden, was die Troika fordert und die Regierung will. Die Regierung hat mit einer Mehrheit von 169 Abgeordneten mit einer Gesamtzahl von 300 begonnen. Nun sind das 155. Das zeigt doch, dass Protest etwas bewirkt. Wir versuchen auch parlamentarisch, aber auch außerparlamentarisch, die Regierung und die Abgeordneten so unter Druck zu setzen, dass entweder sie gegen diese Projekte stimmen oder dass die Regierung fällt. Sollte die Regierung fallen, wäre nach augenblicklichen Umfragen die Syriza die stärkste Partei. Offiziell glaubt sie sogar seit kurzem daran, die absolute Mehrheit erreichen zu können. Dann stünden einige Forderungen aus dem Wahlprogramm auf dem Tapet. Zum Beispiel die Einführung einer Reichensteuer, an der bekanntlich auch in Deutschland kritisiert wird, sie sei nur symbolisch und ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nein, das wäre kein Tropfen aus dem heißen Stein. Weil eine Vermögensabgabe, aber eine hohe Vermögensabgabe, die würde ausreichen, um das Schuldenproblem zu tilgen. Und wenn ich eine hohe Vermögensabgabe sage, dann meine ich eine Reichensteuer, das heißt eine Abgabe auf Vermögen über eine Million, von mindestens 20%. So eine Abgabe würde tatsächlich das Finanzproblem des Staates aus der Welt schaffen. Nur, wenn man nicht andere Maßnahmen ergreift, würde dieses Problem wiederkommen. Also es handelt sich nicht darum, einmalig Geld einzusammeln, um die Schulden zu bezahlen, sondern es handelt sich darum, ein nachhaltiges Wirtschaftssystem einzuführen. Und ein nachhaltiges Wirtschaftssystem heißt, ist nach unserer Ansicht ein Wirtschaftssystem, in dem die Mehrheit der Menschen und vor allen Dingen Menschen, die arbeiten, das vorzuhaben, in dem sie bestimmen. Wir glauben, dass der erste Schritt dazu die Verstaatlichung der Banken ist. Trotz der Angst der herrschenden Klasse Europas. Wie ein revolutionäres Programm lesen sich die Forderungen der Syrißer nicht. Und auch Reichensteuern und Verstaatlichung der Banken hören sich nicht gerade nach Forderungen zur Aufhebung der Geld- und Warenform an. Doch immerhin, es ist auch von einem anderen Wirtschaftssystem die Rede. Und wenn man Theodoros Paraskevopoulos danach fragt, wie er sich eine Verstaatlichung der Banken vorstellt, dann klingt doch da ganz deutlich heraus, dass nicht die Art Verstaatlichung gemeint ist, mit der üblicherweise nicht gewinnträchtige, aber gesellschaftlich unverzichtbare Wirtschaftszweige gerettet werden. Es muss ein ganz anderes Bankensystem entstehen. Ein öffentliches Bankensystem, das von den Menschen, die in den Banken arbeiten, von den Menschen, die bei den Banken Kredite aufnehmen, vom Staat, vom Parlament kontrolliert werden. Wenn wir öffentliches Bankensystem sagen, dann meinen nicht nur öffentlich im Sinne von staatlich, sondern im Sinne der Öffentlichkeit. Da müssen natürlich sehr tiefe Veränderungen im politischen System erfolgen, klar. Und im Bewusstsein der Menschen, was wahrscheinlich jetzt schon begonnen hat, oder? Ja. Inwiefern? Das konnte man schon vor drei Jahren an sehr kleinen Projekten sehen. Inzwischen sind das sehr viele, und da sind tausende von Menschen drin involviert. Beispielsweise die Solidaritätsnetze, die entstehen, und die unterstützen wir mit voller Kraft. Wir wollen denen Geld zur Verfügung stellen. Beispielsweise haben wir unseren Abgeordneten eine 20-prozentige Abgabe aufgepumpt, die in diese Systeme fließt. Aber die sollen nicht das Sagen haben, die Abgeordneten, die das Geld zahlen. Die Menschen, die dort arbeiten, und die Menschen, die dort versorgt werden. Die Ärzte beispielsweise, die unversicherte Patienten versorgen, und die Patienten selbst das Sagen haben. Es ist sehr schwierig in einer Gesellschaft, die das letzte Selbstverwaltungssystem in der Besatzungszeit erlebt hat, und das gab es im befreiten Teil Griechenlands, das heißt vor über 70 Jahren. Es ist sehr schwierig, so ein System wieder aufzubauen. Aber das wollen wir. und das haber ist, dass wir das administration ein bisschen öglichen, dass wir dieünf Menschen geeignissen haben und dass wir unsere Nach dobrze kommen, und der Feuerstellen gehen dann все das í��変uzig sein. Vielen Dank.